Die Unbeschwertheit ist ein emotionales Gefühl, das ich als Bauer draußen auf dem Feld bei der Arbeit erlebe oder in der freien Bergnatur, in der Freizeit, beim Sport, in unserer intakten Umwelt, für die viele Leute, viele Hände, alle Tage arbeiten. Aber Freiheit ist auch etwas, was uns genommen geworden ist und was uns auch weiterhin Tag für Tag genommen wird. Für Leute, die sich ummaßen, über uns zu stehen und über uns bestimmen. Die Leute sitzen oben, wissen aber nicht, dass die Leute oben sitzen, weil sie mir oben sitzen lassen. Und da ist in Zukunft etwas zu tun, dass wir Leute finden, die etwas auf uns schauen und nicht auf sich selber. Und die, die uns auch in Zukunft auf unser Land schauen und die Freiheit, Stück für Stück, wieder zurückbringen. Danke!